Hallo, willkommen zurück bei Shadowman Remastered. Ich grüße euch. So, wir sind hier im Asyl im Spielzimmer und ich habe den Tipp in einem Kommentar bekommen. Dankeschön dafür. Der Username fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber er hat mir den Tipp gegeben, dass hier dieses Ding in der Mitte zerstörbar ist und dass man hier durchkommt. Und somit können wir nun auch hier weiterkommen. Da ich ja ein verwirrter und verpeilter Vollidiot bin. Ich kann sowas auch mal vorkommen. So. Ouch. Ein bisschen Schaden, das passt schon. Okay. Frage ist, wo geht es lang? Links oder rechts? Geh mal nach links. Ah, guck an. Diese Zaunkulisse, ey. Ein Träumchen ist das hier. Ich nehme mal stark an, dass wir nicht hier durchkomme. Wenn wir höchstwahrscheinlich dann auch irgendwo hinkommen. Hier bin ich wo? Weiß Gott nicht. Ich werde da mal hier raus. Raus nicht rein. Guck mal, da gibt es schon Ärger. Ich gebe jetzt. Ich würde sagen, gibt der auf, oder? Okay, hier brauchen wir noch mal den Schlüssel. Hat sich da drin jetzt geöffnet? Die Klappe wahrscheinlich ist das. Okay. Ich gucke mich nochmal hier um. Ich sage, dem Spiel hätte seine Karte einfach mal echt gut getan. In Fort mit dir. So, nochmal speichern zwischendurch. Schadet nie. Irre Fässer. Ein bisschen Magic. Ein bisschen Leben. Hey, wo würde es mich denn hier hin? Hat da auch noch irgendwas geschrieben von wegen Blutflüsse. Kann ich dafür diese Items hier nutzen? Zum Krabbeln oder was? Scheint mir aber so, als ob ich hier eventuell runtergekommen wäre. Kann auch sein, dass ich mich irre. Nun denn. Ich gehe nochmal zurück. Hier gab es ja noch einen weiteren Weg. Wenn ich da durchschwürme, da unten. Gucken wir nochmal, was da ist. Hier so lang. Da geht es hier hoch. Ah. Ah, das ist die Luke, die ich geöffnet habe. Okay. Wow. Diese Leuchmänner. Okay. Wo bin ich gerade? Da oben ist jemand. Und hier ist er noch. Ich möchte Zellen, aber da komme ich nicht rein. Wahrscheinlich, wenn ich das hier drücke. Okay. Hier ist gar nichts. Da ist auch nichts. Ich habe dich da drin nicht vergessen. Keine Sorge. Okay. Okay, aber das war es auch schon. Ich glaube, ich erledige den erstmal da oben. Jetzt ist mal eine Magie, alle. Das ist aber nicht schlimm, denn hier ist wieder noch was. Sehr gut. Okay, hier kann ich auch rein. Da ist noch eine Tür und hier geht es auch rein. Hier ist noch was zum Aufmachen. Ich muss beide aktivieren. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Zurück. Drück zu schnell A und dann springt er nach hinten. Das ist wahrscheinlich die Tür hier, ne? Okay, das ist die andere Seite. Gibt ihr doch mehr noch zu entdecken, als ich dachte. Okay. Auf der anderen Seite. Dass er das nicht mitkriegt. Oh, okay. Nimm dies und rein da. Okay, da kann ich rein, aber in den anderen Gang konnte ich auch rein. Okay. Gucken wir erstmal, was hier ist. Kann hier auch runter. Kam ich nicht von hier gerade erst? Ich kam von da hinten, ne? Also da schwimmen manchmal, das ist echt die Pest schlechthin. Ja, ich kam von hier, bin dann hier rechts lang und dann bin ich hier gelandet. Ich guck mal gerade, wo mich das hinführt. Wenn ich hier lang gehe. Da geht's auch runter. Oder vielleicht ist es ein Rundgang, ich weiß es nicht. Das ist ja ein Labyrinth hier. Hier sind auch wieder Zellen. Die müsste ich wahrscheinlich noch aufkriegen. Da hinten ist der Schalter. Das ist dann auf einmal mit der Musik los. Das ist ja mega der krasse Change auf einmal. Von dieser psychodelischen Spielzimmermusik und dann hier hin wieder. Stierp. Drei Stück. Drei Stück. Awesome. Oh ja. Was ist die Kasse? Warum hat er denn das gesagt jetzt? Hat diese Kasse irgendwie eine Bedeutung? Was? Ich verstehe es nicht. Was hatte das eben im Zimmer mit dieser Registrierkasse mit dieser blutigen? Das verstehe ich nicht. Okay, hier ist noch eine Zelle. Warum sagt er, oh ja. Warum sagt er, oh ja. Nicht mit dir irgendwas machen? Ne. Ich sehe noch irgendwelche Sachen, aber es ist zu dunkel um es zu lesen. You got... Gehen wir in die Ego Perspektive. In God we trust. Ich finde es halt cool mit dieser Ego Perspektive, aber ich finde es halt doof, dass man da nicht laufen kann nebenbei noch. Dann wäre es so eine Kombination aus Third Person und Third Person und Ego Shooter Perspektive. Mir keine Ahnung, was ich in dem Raum machen soll. Ah, guck mal da. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Da ist die dunkle Seele. Sie gehören mir. Mit, ja. Und hier ist noch ein... Wiegen Sie? Ah, und jetzt ist der Haken auf der Seite und ich könnte auch rüberklettern. Okay. Ist jetzt quasi ein Shortcut. Den ich hier freigeschaltet habe. Hier ist noch eine Tür, in der war ich noch nicht. Oh, du bist's. Okay, da ist noch einen. Uh. Le Boss. Glaube ich. Dies looks like Le Boss. Läuft er da unten jetzt rum, oder was? Kann ich nicht sehen, aber... In einem Raum war er eben. Sagt nur unser Seelen-Counter 26. Liegt da noch so einer? Hm. Irgendwas veranstalten die da drin, aber... Irgendwas. Moin! Ist ne dunkle Seele drin, sehe ich das jetzt? Wie sieht die denn da raus? Kann ich da oben rein? Ja. Die dunklen Seelen gehören mir! Das mir schon, wie kriege ich die sonst? Vielleicht irgendwas mit dieser Leiche da machen muss, aber... Nö. Okay. Es macht mir endlich wieder Good Progress hier. So. Also, wir haben... Hier die dunkle Seele, die ich... schon mal gesehen hatte. Die da drin haben wir, und eine fehlt noch. Die war, glaube ich, da drin, oder so. Habe ich es jetzt auch geschafft, die Tür da unten zu öffnen? Durch den Mechanismus? Bin mir nicht sicher. Ich gehe nochmal hier lang, weil ich hier noch nicht war. Aber hier war, glaube ich... Ah doch, hier war ich doch eben schon. Stimmt, hier war nur der Raum. Okay, da kam der jetzt raus. Da ist der. Hätte mich auch gewundert, wie ich den von hier aus killen kann. Ähm... Kann ich mir einfach einen Ticken weiter unten zu sein, der Raum. Muss ich jetzt mit dem Seil zurück? Ich speichere hier nochmal gerade, einfach aus dem Grund, weil ich unten nochmal auschecken will, ob ich die Tür da jetzt öffnen kann. Hier ist offen, ja. Ich glaube, die war vorher schon auf. Ich glaube, hier war ich schon drin, ne? Aber die andere Tür, die war nicht offen. Die hier. Genau, da ist nämlich auch noch eine dunkle Seele. Ne, die ist zu. Ihr versucht mich durch die Tür anzugreifen. Habt ihr das gesehen? Frisch. Ja, okay. Das Problem, das ich halt habe, wenn ich hier unten bin, ist, glaube ich, nicht mehr so einfach nach oben, oder? Ja, ich muss dafür ein gutes Stück nochmal zurücklaufen. Wow. Kettensägen, Mann. Jetzt bin ich in dem mittleren Gang. Jetzt ändere ich mich gerade nicht, ob ich hier auch schon war. Hm. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Ich habe es. Ich wecke erstmal die Tür hier hinten aus, bevor ich in den mittleren Gang gehe. Okay. Ah, hier ist er. Lass mich raten, wenn ich den Hebel drücke, gehen die Türen hier auf und dann kommt er auch noch. Ist noch jemand hier drin? Nö. Wie kriege ich das denn? Wenn ich rein springe, sterbe ich doch. Das ist ein Weg von da oben hier nach unten. Hä? Da gehe ich doch trotzdem drauf. Sehe ich noch nicht ganz. Hm. Okay, aber außer den Gegnern war hier sonst nichts. Hm. Ne, keine Ahnung, was mit ihm ist. Ich habe ihn jetzt quasi rausgelassen. Aber jetzt hockt er da. Aber wie kommt man zu ihm rein? Das frage ich mich. Da oben ist ja der Raum mit dem Schalter. Kann ich mich irgendwie da durchglitschen? Geht das? Ne. It's solid. Hm. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Okay. Hier ist an sich nichts mehr. Dann verlassen wir diesen Raum. Weil zu dem Kerl rein komme ich jetzt auch irgendwie nicht. Und dann geht es hier entlang. Hier kann er hier. Neunzig. Nicht mehr viel. Brauche ich insgesamt hundert, um an dem zu erweitern. Das heißt, zehn Stück noch. Yay. Halt, nicht laden. Speichern. Speichern. Okay. Da geht es hoch. Ah, shit. Ich wollte eigentlich sagen, ich gucke erstmal, was hier ist. Im Raum. Braucht nichts. Ah. Sind es die Brücke, die ich von unten schon gesehen hatte? Sieh. Okay. Lass mal schauen. Wir haben einen Gang links, einen Gang rechts. Ich geh nach links. Oh. Hey, hier war ich doch schon mal. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Irgendwo. Ah. Guck mal. Stimmt. Hier hatte ich das Artefakt eingesammelt. Ja, ja. Ich erinnere mich. Äh. Letzte Folge Shadow Man Remastered ist schon ein bisschen her bei mir. Ihr merkt das wahrscheinlich. Ähm. Deswegen muss ich mich versuchen, so ein bisschen dran zu erinnern, wo ich jetzt schon überall war. Aber ja. Wenn da nichts mehr ist, was ich einsammeln kann, war ich definitiv hier. Okay. Gut. Dann geh ich wieder zurück und geh einfach mal auf die andere Seite. Ah. Dann war ich hier in dem Gang noch bestimmt auch schon, weil es gibt ja nur den einen Weg dahin, ne? Ach. Jetzt bin ich wieder hier auf der anderen Seite. Okay. Ja. Das lässt mich stark vermuten, dass ich einfach komplett wieder zurück muss. Kann das sein? Bin ich hier schon mal lang gegangen? Ich kann mich nämlich nicht erinnern. Wirklich. Hier ist noch ein Becken und hier ist eine Tür. Ah. Es ist halt für mich auch manchmal echt schwierig, sich zu orientieren, weil irgendwie gefühlt alles gleich aussieht an manchen Ecken. Da ist noch eine dunkle Seele, aber wie komme ich da rein? Es scheint es irgendwie einen Weg von oben zu geben. Gucken wir mal, ob das irgendwie machbar ist. Ich spring jetzt mal hier rein. Weil hier gibt es nur einen Weg raus. Der hier. Hier. Jetzt bin ich hier wieder. Ah ja, okay. I remember. Müsste ich da nicht auch wieder hier vorbeikommen in diesem Raum, wo ich vorhin noch war? Okay. Kann echt sein, dass ich gerade rausschwimmen? Sehen wir dann gleich. Ansonsten lade ich dann. Ja, sieht so aus, als schwimme ich gerade wieder zurück. Okay, ich lade mal. Hm. Achso, ich muss zurück. Also dieser Raum scheint mir dann auch irgendwo end of the line zu sein. Das heißt, links waren ja die Gefängniszellen und der große Typ, an den ich nicht rankomme. Und das war es eigentlich, ne? Hier. Einen Hebel wieder zurück. Geht nicht, ne? Ne. Wie gesagt, ich habe aber keine Ahnung, was ich mit ihm anstellen soll, wie ich zu ihm komme. Unter heutigen Gesichtspunkten ist das Remaster halt auch, ähm, ja, grafisch-technisch etwas aufgehübscht hier und da. Mag ja sein, aber ich finde es schwierig nachzuvollziehen, ähm, wo es denn genau hingeht. Also eine Map, wie gesagt, das wäre super geil gewesen, aber irgendwie haben sie es gefühlt nur grafisch aufpoliert, die Steuerung wahrscheinlich etwas angepasst und das war's. Also unter Gesichtspunkten Quality of Life finde ich das Remaster dann eigentlich unter den Gesichtspunkten schon ein bisschen faul. Also, das kostet jetzt nicht oft, das kostet jetzt nicht die Welt, aber ein bisschen mehr wäre da wahrscheinlich schon gegangen. Zumindest mal eine Karte wäre irgendwie geil gewesen. Tja, ich kann es das leider nicht ändern. Und ich habe jetzt auch nicht die Zeit, mir irgendwelche Karten aufzumalen und dann zu sagen, ach ja, stimmt, da war ja was. Ich überlege gerade, ob ich hier wieder in den Pimpel hier reinspringe und dann wieder zurück schwimme, mich nochmal versuche dann zu orientieren, wo den Gegenden waren, wo ich noch nicht war. Deswegen, ich schwimme mich hier nochmal durch. Ich glaube, das macht es einfacher. Einfach nochmal hier durch zu schwimmen. Ich habe ja nichts gegen Backtracking an sich, aber manchmal ist es halt auch so ein bisschen Nerven aufreiben, vor allem wenn man dann halt auch irgendwie mal Fortschritt, Fortschritt haben möchte und muss dann irgendwie nochmal 10.000 Mal zurücklaufen wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Guck an, da ist der Raum mit der dunklen Seele. Hä, was tust du da? Mit dem rechten Stick wechsle ich quasi die Richtung. Hier war ich doch schon. Oder nicht? Eigentlich, eigentlich ja schon, aber dann hätte ich die Fässer hier zerstört. Ja, da drüben habe ich das nämlich aktiviert. Aber dann hätte ich das hier mitgenommen. Das ist halt das Ding, was ich hier eben meinte. Es sieht alles so gleich aus und, ne? Kann nicht unterscheiden, wo war ich, wo war ich noch nicht. Und die Musik macht das Ganze halt auch nicht besser. Ja doch, hier war ich schon. Dann habe ich das hier geöffnet. Bin ich aber da durchgeschwommen oder bin ich hier durchgelaufen? Ich glaube, ich bin da durchgelaufen. Ihr merkt schon. Ausgeprägtes Kurzzeitgedächtnis ist in diesem Spiel nicht hilfreich. Ich schwimme mal hier durch. Mal gucken, wo ich dann lande. Jetzt bin ich wieder hier. Aber war ich hier in der Tür schon drin? Hier ist eine Wand. Da komme ich nicht hin. Aber von hier aus kann ich nicht da hochschwimmen, äh, hochspringen. Das ist, glaube ich, zu hoch, ne? Es gibt ja keine sichtbare Kante, an der ich mich festhalten kann. Das stimmt irgendwie automatisch nach unten, wenn ich A drücke und A ist eigentlich springen. Ne, das geht nicht. Aber hier kann ich hoch. Gut. Weil ich auch im seichten Wasser stehe. Jetzt bin ich wieder komplett lost. Also hier bin ich auch durchgegangen. Okay. Ah, dann bin ich hier gelandet. Bei den Gefängniszellen. Ah, hier war ich noch gar nicht drinnen. Okay, dann brenne. Diese Würfel hier irgendeine Bedeutung? Den Schwabbelkram kann ich ja zerschießen. Ah, guck mal. Der Geheimgang. Secret found. Nicenstein. Ich glaube, das ist aber auch das einzige Secret hier. Also in diesem Raum jetzt. Er kann sich an dem Würfel nicht festhalten. Das geht nicht. Das klappt er nicht. Okay, die restlichen Räume hier hatte ich aber auch untersucht, ne? Das hier mit der Registrierkasse, das checke ich halt nicht. Ich kann sie zerballern. Okay, und jetzt? Das ist ja das einzige Raum, der so ein bisschen anders ist. Okay. Da war nix weiter. Hier auch nicht. Die Dinger hier zu zerpflücken, bringt mich ja auch nicht besonders weiter. Da passiert dann irgendwas. Ne? Nö. Eigentlich nicht. Okay. Und jetzt bin ich wieder hier. Ich meine, wir haben Level 5 der dunklen Seelen und der Kommentar steht auch noch, dass ich eine Level 4 Tür der dunklen Seelen vergessen habe. Und ich weiß auch noch, dass das die Tür war bei dem Feuertempel. Da gab es ja so einen Geheimgang, wo noch eine Level 4 Tür war. Ich bin jetzt gerade damit überlegen, ob wir uns in der nächsten Folge dann dahin porten und wir uns mal diese Gegend ein bisschen genauer angucken, weil irgendwie komme ich hier nicht weiter. Also sieht irgendwie gefühlt alles gleich aus und ich versuche mich hier zu orientieren, aber es ist gar nicht so einfach. Daher speichere ich gerade mal hier nochmal und gucke gerade mal anhand des Teddys, ob wir dahin können. Ja klar. Damit das Feuer ist. Gut. Dann gehe ich schon mal dahin, speichere dann dort nochmal kurz ab und dann geht es in der nächsten Folge nochmal zu der Level 4 Tür. Ich werde mich dann schon mal dahin begeben. Dann, wenn ich die geöffnet habe, machen wir weiter. Die Musik gefällt mir doch schon viel besser. Gut liebe Freunde, dann danke schon mal vielmals fürs Zuschauen bei Shadowman Remastered. Ich begebe mich jetzt erstmal durch den Feuertempel zur besagter Tür. Ich hoffe, ich finde die nochmal. Ansonsten muss ich mir nochmal vielleicht irgendwie einen Guide zur Rate ziehen oder sowas. Oder mir die Map nochmal angucken. Und dann geht es weiter das nächste Mal mit Shadowman Remastered. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.